das war nicht wahr jetzt ist sie weg soll ich Max Ammo holen? ähm, Double Points? 299 Zombies Warte, soll man die erstmal und dann hol ich Double Points, dann kannst du richtig rein Ne, Max Ammo nicht, hast du jetzt Double Points oder Max? Double Points erst sammeln und dann krammeln ich habe die nicht ich habe die nicht oh, der wird schon so drauf gefolgt muss ich euch leider enttäuschen, die laufen, die doch auch nur hinterher wollen, zu knüpfen wollen das ist wie mit den Heim hi, so so die werden nicht vorgestellt ja das mehr ist so, dass ich wegen den Tränen von den Heim weil die missverstanden werden, sie wollen einfach nur ein und kürzRC 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 nicht dass ich auch noch ein Fertig um das ist einfach ein Wort hier in Komponente zum Treffen müssen gehen wir haben es gerade sinnvoll unterhalten du musst es nur kaputt machen mit deinem Maul hier war wohl wird nur gehört wird ausgewirkt so Schaffung auch aus auch aus die Fubi der ist voll der Ende vom Zeigen mit seiner Meute zu mir wohl muss das Europapunkte machen du musst hier dürfen die Woche meine 3000 Juk hat er abkackt Kastorbrüste Kultus Porten die Flussliebe in Sachen Schicksal und Julien ich bin da auch mehr verletzten das Video analysieren in der Lappen aber die Konferenz von jetzt nicht so cool und nicht mehr bezogen und ohne auf die Hochdiener die gut die war dann wieder ein Meisterwerk von ihm gemacht ja, Double kann ein bisschen verbessern ja und das feiere ich hier richtig und so und so Kau kommt auch übel so oft ja, das feiert ich hier richtig der feiert irgendwie nur was will doch Party oder was? mit dem zu Party zu Party wo, 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 wo Double ein schön Autoparty Dock went far, has just died, dold das loll ja, die, ich glaube ich muss mir on Double Tap wollen Engel Trapp, Engel Trapp so wieder um Nein, ich hab vier Hits abbekommen, aber ich hab immer überlebt ich will mir mal als Speed-Coder Letzter Entschuldigung, holt schnell den Speed-Coder Nein, ich hab's eh nicht Natürlich, ich kann einfach runterspringen, dann überlebst du Ja, wer geh ich drauf? Waren tust trotzdem Schauf ich? No, das glaube ich nicht Ja, ich hab's nicht Ja, weil sie sich nicht so einOW in den Sonnen Affen mit Waffen Affen mit Waffen Mannweizen Mannweizen Hörendin Kaufe und nun und wird sowieso direkt wieder das ist ab jetzt laufen meine Punkte alle zum Waffen wie viel hier unten kommen vor allem die Treppen nicht ein und dann wollten die sich alle weg ich will der Lecker eingeführt noch aber auch auf die Welt weg ein Korn das ist nur so ein bisschen verbaut ist das hier schon noch mehr so was sie kaufen vielleicht die ab so gut Ich hab mir nur noch raus, gell Komme ich auch mit meiner Wonder War Throat Ich guck mir das die Corner Wow, kommt die noch hin Aus, schlumpf aus Bitte sehr Entschuldigung, dann musst du jetzt kommen Eingeschafft Warte, ich komm jetzt raus Will dich abgerübt Geht schon Poo, komm schon rein und kauf dir den ganz Okay Noll Warte, warte, schaffe ich so Win, warte 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 Entschuldigung Unter Warte 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 die sie kommen bei einem kleinen 3 ich komme jetzt zusammenlegen jetzt in der Bankverleihung und auch er wird mir oft er wird sich ab in den Weg zu finden so ein Musser Bödelbläden muss was zu machen vielleicht gibt es dahinten die Bank das Komme alles rein und der Kommodum ist auch schnell auf 2000 tausend und dann gibt es eine Bank auch so wie das der ein Korn was auch vor dem sich wo ich noch nicht so drüber schießt auf Kopfhöhe oder ein Markungen zu das ist es ist der Korte Prozent Buster und ist auf die Welt okay ist gut geworden der Publikus mit das geht die Magen das ist ein Dreimer kommt wo muss man so ein woanders noch was ist denn hier? verballert er den Muni nicht kostbar ne können wir hier noch irgendwas holen www.youtube.com 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 bevor ihr erwartet wenn es irgendwas zu kaufen gibt wartet erstmal rapetrain rapetrain time oh oh mein god die sind viele im Gag ich denke mal hier hinten spawnt keiner haha so wo war das denn? war schon jemand in dem Gras? ja war ich joe's toy browning und? ist die cool? kann man ablegen kann man ablegen und hier ne Waffe nehmen kann man tauschen wie geil bist du ein Gras Teil der da? ja wo ist's? geh mal rechts Buster hab ich Angst dass hier irgendwas passiert ja wo geht's denn da hin? ach so ja dann gibt's hier nur Fenster, keine Ahnung wieso hatte ich so ne komische Schräge gemacht? wieso hatte ich so ne komische Schräge gemacht? vor allem hier es leidet man man kann sich hinlegen man kann sich hinlegen ja also ist hinten doch nichts besonderes schade ich geh mal hier durch Gras also an Wänden lang vielleicht doch mal da irgendwas das schade das das ja das das Vielen Dank.